Willkommen zu diesem Petkit Pura X selbstreinigende Katzentoilette-Test. Heute schauen wir uns ein Hightech-Katzenklo an, das das Leben für Katzenbesitzer revolutionieren kann. Die Petkit Pura X ist nicht nur ein normales Katzenklo, sondern ein selbstreinigendes System, das mit vielen intelligenten Funktionen ausgestattet ist. In diesem Video analysieren wir, was dieses Produkt so besonders macht und ob es sich für Haushalte mit mehreren Katzen wirklich lohnt. Bleibt dran, um mehr zu erfahren. Die Petkit Pura X ist für Katzenbesitzer gedacht, die sich den Alltag erleichtern wollen. Mit ihrem automatischen Reinigungsmodus entfällt das tägliche Säubern der Katzentoilette. Sie verwendet verschiedene Sensoren wie Gewichtssensoren, Infrarotsensoren und Thermosensoren, um sicherzustellen, dass die Reinigung nur dann startet, wenn die Katze nicht mehr in der Box ist. Dies erhöht die Sicherheit und verhindert Unfälle. Besonders für Haushalte mit mehreren Katzen ist die Petkit Pura X eine echte Erleichterung, da sie die Streu sauber hält, ohne dass der Besitzer ständig eingreifen muss. Ein weiteres Highlight ist die Geruchsbeseitigung. Durch eine speziell entwickelte Flüssigkeit, die automatisch freigesetzt wird, werden unangenehme Gerüche effektiv neutralisiert. Das bedeutet weniger Gestank im Haus, selbst wenn die Katzentoilette viel benutzt wird. Dazu kommt die Kompatibilität mit verschiedenen Katzenstreusorten. Egal ob Bentonit oder Pflanzenstreu, die Petkit Pura X kommt damit klar. Lediglich Kristallstreu ist ausgeschlossen, aber für die meisten Katzenbesitzer ist das kein Problem. Zusätzlich punktet die Petkit Pura X mit einer App-Steuerung, die es ermöglicht, die Reinigung aus der Ferne zu überwachen und zu steuern. Für technikaffine Katzenbesitzer ist dies ein großer Pluspunkt. Zusammengefasst bietet die Petkit Pura X eine gelungene Kombination aus Komfort, Sicherheit und Hygiene. Wer den Alltag mit Katzen stressfreier gestalten möchte, wird mit diesem Produkt sicherlich zufrieden sein. Ob sich die Investition lohnt? Für viele Katzenhaushalte lautet die Antwort ja. Das war unser Petkit Pura X selbstreinigende Katzentoilette-Test. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal für mehr spannende Produktreviews. Habt ihr Fragen zur Petkit Pura X? Schreibt sie in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.